hi guys was für ein morgen ich bin die glückliche mutter auf die ganze welt guck mal was ich habe das habe ich von meiner tochter sie ist geladen neun jahre alt und weißt du was das habe ich von ihr bekommen ich bin froh nicht weil ich das bekommen habe weil meine tochter hat und meine kinder haben an mama gedacht mary hat von ihr taschen geld eine tafel schokolade und das steht von herzen und da hat sie auch was aufgemalt oder gebastelt was auf immer und sie sagt beste mama der welt stelle mal vor guck mal das ist das nicht lieb und da schreibt sie ich habe die dich lieb mama ich wünsche dir noch einen schönen muttertag imagine so eine nachricht von meiner tochter das gedanken dahinter dass ich kann von meiner tasche geld geld nehmen meine mama was schenken das ist das was ich führe können ihr nicht vorstellen und das ist von mein sohn das ist von mein sohn er ist vier jahre alt und er hat gedacht okay tomorrow morgen ist muttertag und ich muss auch was tun und was macht er er nimmt eine packung ein paket von eier und er bastelt mir was guck mal das ist kunst und das werde ich ich glaube schokolade sehe ich aber und maske benutze ich das hier aber die beide bekommt ein datum und das geht in meine schatzkiste ich habe eine schatzkiste wobei alle dinge die meine kinder für mich mal packte ich da rein euch einen schönen tag und eine schöne mutter tag packt 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 Und jetzt ist es so gut.